Guten Tag, mein Name ist Gerd Kopp von der Kopp-Tex-Filmpläge im Unter-Eisesalm. Wie Sie im Hintergrund sehen können, haben wir uns für vier Trockenwäsche-Faltmaschinen der Firma Dexineli aus Belgien entschieden. Die Entscheidung ist bei uns sehr kurzfristig gefallen, nachdem wir direkt im Werk in Belgien testen konnten. Hier konnten wir das komplette Portfolio unserer Trockenwäsche auf einen Schlag testen und haben festgestellt, dass Qualität, Leistung und vor allen Dingen auch die Standzeit der Maschine tagsüber hervorragend waren. So hat es nicht lange gedauert, nachdem wir von Belgien zurück waren und haben den Auftrag an die Firma Dexineli für vier Maschinen erteilt. Gerade acht Wochen später konnten wir schon einen Testlauf in Belgien durchführen. Eine Woche später, man glaubt es nicht, waren die Maschinen schon auf dem LKW in Unter-Eisesalm und wir konnten eine Problemlone-Montage über zwei Tage durchführen. Bereits am Montagmorgen konnten wir wie gewohnt mit allen Maschinen arbeiten und hatten keinerlei Störungen bis zum heutigen Zeitpunkt. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.